Nachdem es vor ein paar Wochen um den Fluch oder Segen namens Stöcke gegangen ist, geht es heute um die großen Vor- und Nachteile der einzelnen Stöcke und wie ihr herausfindet, welche Stöcke eigentlich wirklich den meisten Sinn für eure Unternehmungen machen. Im Bergsteigen Grundlagenkurs. Gleich zu Beginn würde mich ehrlich gesagt interessieren, welche Stöcke ihr denn verwendet und aus welchem Material, Carbon, Alu, Feilstock, Dreiteiler? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Stürzen wir uns gleich hinein in das Thema und klären in aller Kürze auf, welche Arten von Stöcke es denn überhaupt zu kaufen gibt. Wobei, vorher sollten wir vielleicht nur das einfachere Thema klären, nämlich das Material. Materialien gibt es nämlich bei Stöcken heute eigentlich nur zwei, Aluminium und Carbon. Die Unterschiede lassen sich eigentlich aber an einer Hand abzählen, sind aber definitiv deutlich. Aluminium ist ein durchschnittlich leichtes Material, ist relativ robust und dünn verarbeitbar. Außerdem ist Aluminium ein besonders günstiger Werkstoff. Das bedeutet in dem Umkehrschluss natürlich, dass auch Aluminiumstöcke schon ziemlich günstig zu haben sind. Aluminium lässt sich ab einer gewissen Krafteinwirkung natürlich biegen. Jedoch führt das bis zu einem bestimmten Grad nicht maßgeblich zu einer Materialschwächung. Anders ist das bei Carbon. Carbon ist ein deutlich leichterer Werkstoff als Aluminium und trotzdem enorm robust. Leider hat Carbon einen entscheidenden Nachteil. Nämlich, dass Carbon nicht biegt, sondern durch Materialermüdung und Risse in den Strukturen einfach bricht. Das ist natürlich ein Sicherheitsrisiko. Carbon ist aber sowohl in der Erzeugung als auch in der Verarbeitung eine deutlich teurere Angelegenheit. Und dazu kommt noch, dass man das Statussymbol der ultraleichten Carbonstöcke nochmal zusätzlich gut vermarkten kann. Carbonstöcke sind also teurer, wiegen aber dementsprechend weniger. Außerdem prellen und vibrieren sie kaum bis gar nicht, was einen kleinen Komfortvorteil gegenüber der Alu-Konkurrenz bedeuten kann. Jedoch muss man sagen, dass es mittlerweile auch gute Alu-Lösungen für dieses Problem gibt und zum Beispiel beim Leaky Sherpa XTG Lite ebenfalls keine maßgebliche Vibration zu vernehmen ist. Also, Alu ist zwar schwerer, aber etwas stabiler und auch günstiger. Wofür man sich beim Material nun entscheidet, ist aber ehrlicherweise Geschmackssache. Doch kommen wir nun zu den vielen Arten von Stöcken, die zum Verkauf angeboten werden. Da gibt es Einteiler, Zweiteiler, Dreiteiler und Fallstöcke. Und theoretisch gibt es auch noch vereinzelt Vierteiler, aber das ist jetzt wahrlich eine Randgruppe. Fangen wir bei den Kategorien an und schauen uns die besten Anwendungsgebiete an. Einteiler sind die Spezialisten unter den Stöcken. Sie finden ihre Verwendung beim Skifahren und beim Trailrunning. Überall da, wo ich mich zu 100% auf das Material verlassen muss, da es keine Komplikationen gibt mit den einzelnen Gliedern und auch überall, wo das Packmaß im Prinzip egal ist, da sind die Einteiler die beste Wahl. Wenn ich eine komplette Tour lang immer die Stöcke brauche, stören auch die Einteiler eigentlich nicht. Anders sieht das natürlich aus, wenn man die Stöcke ab und zu auch wegpacken muss. Dann haben die Einteiler nämlich logischerweise das größte Packmaß. Fakt ist aber, dass sie die meiste Sicherheit liefern, weil sie eben prinzipiell aus einem Stück gefertigt werden. Dementsprechend leicht sind sie dann, unterm Strich auch eben. Dann gibt es noch die Zweiteiler. Die sind schon deutlich kompakter im Packmaß, sind aber immer noch deutlich zu lang, um sie komplett ungestört am Rucksack außen in die Stockhalterung zu packen. Dafür stehen sie einfach immer noch zu weit nach oben weg. Deshalb ist auch der Markt für die Zweiteiler in den letzten Jahren immer wieder mal geschrumpft und dann wieder gewachsen. Gewachsen immer dann, wenn das Thema Skitouren in Mode gekommen ist. Denn hier finden sie sowohl im Aufstieg als auch im Abstieg Anwendung und müssen nur selten verstaut werden. Trotzdem bieten sie durch den einfachen Verschluss noch immer ein relativ hohes Maß an Verlässlichkeit, obwohl sie bereits aus zwei Teilen und einem Verschluss gefertigt werden. Aber da kann ich auch gleich einhaken, denn das folgende gilt im Prinzip für alle Zweiteiler und Dreiteiler. Stöcke können durch das Zusammenschieben immer kleiner gemacht werden und durch Ausfahren der einzelnen Glieder größer gemacht werden. Je mehr Glieder ein Stock hat, desto instabiler wird die Gesamtkonstruktion. Aber desto mehr Flexibilität habe ich auch in den Einstellungsmöglichkeiten. Die Glieder werden von oben nach unten hin immer dünner, um sie einander schieben zu können. Logisch. Doch jedes Glied muss logischerweise auch irgendwie befestigt und fixiert werden können. Hier kommen die Verschlüsse zum Einsatz. Doch dazu komme ich gleich nochmal im Anschluss. Zurück zu den Kategorien. Die Dreiteiler sind heute eigentlich die große Marktmacht unter den Wanderstöcken. Schließlich können sie komfortabel für jede Situation ausgefahren werden und trotzdem bleiben sie zusammengeschoben, schön kompakt und klein. Jedoch müssen die drei Glieder auch zusammengehalten werden und das von Verschlüssen. Diese Verschlüsse gibt es nun einmal als Drehverschluss und einmal als Hebelverschluss. Beide Verschlussarten funktionieren grundsätzlich mit dem gleichen physikalischen Hintergrund, kommen aber auf unterschiedlichen Wegen zum Ziel. Das Problem an beiden Verschlüssen ist eigentlich das gleiche. Wird der Verschluss zu sanftmütig verschlossen oder liegt Materialermüdung vor, war es das mit dem Halt und der Stock schiebt sich zusammen. Das kann mitten auf der Tour natürlich zu einem gigantischen Sicherheitsrisiko werden. Doch der Drehverschluss ist hier deutlich problematischer, denn diese sind nicht sehr verschleißresistent und nach nicht allzu langer Zeit kaputt. Das Problem ist nur, dass man von außen gar nicht sagen kann, wann ein Drehverschluss nicht mehr ordentlich funktioniert. Meist wird man von der Problematik überrascht. Beim Klemmverschluss per Hebel ist das anders. Man hat deutlich besser selbst einen Blick dafür, da das komplette Kompressionssystem außen liegt und dementsprechend beeinflusst werden kann. Wird der Spielraum zwischen Hebel und Kompressionsring verkleinert, wird das äußere Glied stärker komprimiert. Dadurch entsteht eben mehr Druck. Das merkt man letztlich auch daran, dass der Hebel auch deutlich schwerer zu schließen ist. Der Vorteil ist, dass ich diese Einstellung einfach so fest vornehmen kann, bis ich den Hebel gerade so schließen kann. Damit ist das Maximum an Stabilität garantiert. Wenn auch nicht garantiert ist, dass das für jede Situation dann wirklich reicht. Je mehr Teile ein Stock also hat, desto fehleranfälliger wird alles. Generell sind Hebelverschlüsse den Drehverschlüssen eindeutig vorzuziehen, weil man mehr Spielraum in der Anpassung und auch einen Blick für Komplikationen am Stock haben kann. Doch eine Art Stöcke haben wir noch gar nicht besprochen. Die basieren nämlich zumindest zu 50% auf einem völlig anderen Prinzip. Die sogenannten Falschstöcke. Falschstöcke haben nämlich entweder nur einen Verschluss oder glatt gar keinen Verschluss. Im Prinzip handelt es sich bei Falschstöcken um einen Einteiler, den man meistens in drei Teile unterteilt hat. Die einzelnen Teile sind dann über ein Seil im Inneren des Stockes verbunden. Die einzelnen Teile werden einfach zusammengesteckt und dann mit einem Knopf fixiert. Das hat einen großen Vorteil. Es werden diverse Verschlüsse, Schrauben und Co. eingespart und das spart wiederum Gewicht. Aber ein Problem der Falschstöcke ist das Materialversagen. Diverse Kleinigkeiten können bei Falschstöcken theoretisch schief gehen, sodass der Seilzug nicht mehr funktioniert, die Arretierung nicht mehr hält und so weiter. Das ist natürlich ein Problem, denn dann ist der Stock in der Regel nicht einfach zu reparieren. Meist müssen diese Stöcke dann den Weg zum Hersteller suchen, um wieder in Ordnung gebracht zu werden. Und das kostet im Zweifelsfall eben auch Geld. Und man hat eben über diesen Zeitraum dann auch keine Stöcke. Ein weiterer Vorteil von Falschstöcken darf aber keinesfalls außer Acht gelassen werden. Das Packmaß. Nicht nur das Gewicht ist eine Fliege im Vergleich zu drei oder vier Teilern, sondern vor allem das Packmaß macht sie so beliebt. Sie lassen sich ganz einfach in einem Rucksack Seitenfach unterbringen, ohne dass sie vom Rucksack wegstehen oder anderweitig stören könnten. Sie sind damit die perfekten Begleiter auf jeder ultra leichten Tour, auf jeder Tour, die mit einem kleinen Rucksack gemacht werden soll und ist damit der Begleiter bei vielen Tagestouren, die schnell und einfach durchgezogen werden sollen. Beim Weitwandern sind sie keine Empfehlung, da sie eben etwas fehleranfälliger als die Hebel zwei oder drei Teiler sind. Ein toller Zusatz bei den Falschstöcken ist es, wenn man zumindest über einen kleinen Verschluss knapp unter dem Griff die Länge minimal anpassen kann. Denn logischerweise kann ich ein Faltelement nicht in der Länge anpassen, also muss der Stock perfekt passen. Eine kleine Längenanpassung weiter oben kann hier unterstützen. Natürlich birgt der Falschstock auch den Nachteil, dass es logischerweise eine gewisse Mindestlänge beim Stock gibt. Wer in extrem steilem Gelände die Stöcke einsetzen möchte und sie durch die Steigung zu lange findet, hat einfach Pech gehabt. Hier ist man dann mit flexibleren Teleskopstöcken besser bedient. Und weil ich gerade den Griff erwähnt habe, hier gibt es noch ein paar Auswahlmöglichkeiten. Griffe gibt es heute aus Plastik, Kork und auch Schaumstoff. Plastik ist nicht sehr schweißfreundlich und hart und ungemütlich. Dafür sind Stöcke mit Plastikgriffe in der Regel sehr, sehr günstig zu haben. Kork hat hier zwar mehr Vorteile, aber leider auch den Nachteil, dass Korkgriffe nach dem ein oder anderen Jahr etwas fusselig werden. Wer viel schwitzt, weicht über die Jahre den Kork auf. Dann härtet er wieder aus und bröselt über die Zeit aus dem Griff heraus. Am bewährtesten sind aktuell die Schaumstoffgriffe, denn diese versprechen lange Haltbarkeit. In der Regel sind sie auch so dicht produziert, dass sie eben nicht fusseln und können auch mit viel Schweiß sehr lange und sehr gut umgehen. Diese sind aber meist auch sehr teuer. Kleine Zusatzfeatures wie zum Beispiel die Griffverlängerungen, dass man nicht ständig die Länge verstellen muss oder auch verschiedene Ersatzteller oder spezielle Handschlaufen, die abgenommen werden können, sind ebenfalls Argumente für etwas höherpreisige Stöcke, sind aber definitiv kein Muss. Im Prinzip gibt es Stöcke von 50 Euro bis 200 Euro. Sehr günstige Einsteigerstöcke können selten etwas wirklich schlechter als teure, zumindest von der mechanischen Seite her, solange sie auch auf solide Verschlüsse setzen. Tatsächlich bezahlt man meist für die Kleinigkeiten, aber diese summieren sich dann letztlich auch. Niedriges Gewicht, stabile Verschlüsse, Carbon, Schaumstoffgriffe und Co. können in Kombination schon mal 150 Euro kosten, wenn es hoch hergeht. Ob man das alles wirklich braucht, hängt wohl letztlich vom eigenen Einsatzzweck ab. Ich bin der Meinung, lieber einmal für längere Zeit in einen soliden Stock investieren, als zehnmal in einen billigen. Letztlich steigt man irgendwann wohl teurer aus und man sollte in gewisser Weise auch den Verkauf von billigen und schlechten Materialien nicht unterstützen. Also auf Metallschrauben bei den kleinen Verschlüssen achten und keine Plastikvarianten nehmen, da diese zum Beispiel schnell brechen können. Damit fördert man Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und letztlich wohl auch eine gesündere Produktionspolitik. Wenn ihr jetzt Bescheid wisst, welche Stöcke für euch am besten sind, sehr gut. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit.